So, beim letzten Mal haben wir hier die Tür aufgemacht und jetzt geht's in die Bank. Solange diese verfluchten Sicherheitsgeräte aktiviert sind, komme ich hier nicht raus. Achso, ja gut. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Solange diese verfluchten Sicherheitsgeräte aktiviert sind, komme ich hier nicht durch. Ach, die haben wir schon gesehen. Heißt, ich muss einen anderen Weg finden. Gut. Dann versuchen wir, die Hintertür da zu finden. Nein. Den nehmen wir höchstens. Den Prügel. Falls mir das überhaupt weiterhilft. Hast du das auch gemacht? Oh Gott. Hm, kommen die direkt hier hin? Das ist jetzt hier die Frage. Da seh' ich die. Ich geh mal ein bisschen nach da. Vielleicht kann ich die alle drei so... Bam, bam und bam. Das war Nummer eins. So. Das war Nummer eins. Ich mag es nicht, wenn da jemand erforscht. Nummer zwei. Nummer drei. Das hat ja gut geklappt. Würde ich mal sagen. Das sieht hier aber dunkel aus, als es ist gut. Aber das scheint sehr, sehr gut gewesen zu sein. Aber hier ist eine dunkle Ecke, da kann ich die wohl hinlegen. Nummer eins. Kann ich den auch aufheben? Hey. Den kann ich auf jeden Fall aufheben. Was mit dem hier ist, muss ich noch gucken. Ich weiß nicht, ob hier noch wer außen und lang geht. Das könnte nämlich fatal enden. Also sehr fatal. So, das ist Nummer zwei. Und. Du. Was ist mit dir? Ah, so. Mit dunklen klappt's. Gut. Dann tragen wir ihn auch zu dem Rest. Auf jeden Fall läuft er noch irgendwo woher rum. Ich hab ne Tür gehört. Schauen wir mal, ob das draußen ist. Nee. Ach. Ach. Wie jetzt. Ich dachte, es wird einmal rumgehen. Kann ich das aufmachen? Perfekt. Und jetzt noch den anderen. Ha. Das wird mir doch helfen, denke ich mal. So. Auftrag erledigt. Jetzt bin ich drin. Würde ich sagen. Ja. Das speichern wir mal statisch. Ich will ja sehen, ob hier unten wer ist. Einige Menschen in der Stadt sind reicher, als ihnen gut tut. Na ja. Zum Glück haben sie ja mich. Hehehehe. Gefällt mir. So. Sir? Sind Sie das? Ahahahahaha. Kommt der hier einfach vorbei? Gut. Schlaf. Gut. Oder träum süß. Oder so in der Art. Da ist ne Kiste. Da geht's auch nach oben ab. Also ich schau mich erst mal unten um. Ratten. Ich hasse Ratten. Was haben wir denn da? Wartung. Wartung. Wartungsmaschinen sind in diesem Bereich aktiv. Mhm. Kann ich damit auch was machen? Ich weiß nicht, Kriot. Bitte wiederholt euch. Nein, 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 nein. Ich habe gesinnt. Oh Gott. Eure Worte? Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier unten auch unten? Ist hier überhaupt was hier... Ah, genau. Kann ich die irgendwie alle ausschalten? Ich weiß nicht mehr, was mir das bringt. Aber hier sind... Wasserpfeile. Das schweige ich mal lieber. Da. Das könnte nämlich böse enden. Ich habe es gehört. Ja, ja, du hast es gehört. Ist mir egal. Appierzugang für autorisiertes Personal. Was haben wir denn hier? Wo bin ich denn hier? Noch nicht mal im ersten Stock. Lass mich durch. Also, was ich da hinten soll, ich habe keine Ahnung. Interessant, dass die Ziele im Spiel irgendwie anders sind. Also, was man da soll, weiß ich nicht. Ich lade mal lieber... Die zwei Wasserfalle sind mir dann auch egal. Also, was ich da soll... ...ist und bleibt mir in Rese. Ach, ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Aber trotzdem. Ist da hinten irgendwas, was sich lohnt? Ich weiß es nicht. Für mich lohnt es sich nicht. Und da ist ein bisschen Geld. Zeug. So. Ich muss die hier irgendwie doch ausschalten können, oder? Vielleicht ist das da unten. Aber ich weiß nicht, was ich... Also, es ist sehr schwierig. Zu beurteilen. Ich weiß es nämlich nicht. Hi. Ja, 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 ist okay. Ach, das ist... Das ist auch noch beides zu. Ja, ist mir doch... Das ist doch nicht wahr. Kann ich das überhaupt so aufmachen? Theoretisch ja. Ja, ja, heilt's Maul. Ich habe es gehört. Wer ist da? Eine vier Funktion weiter. Oh Gott. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ach, das wäre... Das wäre der Hintereingang gewesen. Gut. Aber ich möchte jetzt mal diesen Wachraum finden. Einfach aus Prinzip. Ob ich darüber... Ich bin gut. Noch weiter rüber und dann bin ich im Wachraum. Wachraum. Nein. Wow, 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 wow. Bei Wachraum habe ich was anderes verstanden. Aber gut. Ist jetzt immer noch die Frage. Wie? Ich kann die doch bestimmt ausmachen irgendwie. Das kann nicht sein. Dass ich... ...über da hinten... aus euch mache ich Haackfleisch. Ja, vor allem wenn da wer steht. Hä? Da muss was da unten sein. Was anderes kann nicht sein. Kann ich dir irgendwie ausstellen? Ich habe... Ja, du hast gehört. Ist mir egal. Es muss doch hier irgendwas bringen. Außer leere Wandöffnung. Geh auf. Ich will das jetzt wissen. Was ich hier machen kann. Ist ja abgefahren. Mal sehen, wozu diese Hebel gut sind. Was ist denn, wenn ich... muss ich alle drücken, oder? Also irgendeinen Nutzen muss ich hier haben. Also ich habe es irgendwie aktiviert und da oben ist was passiert. Das scheint noch irgendeinen Nutzen zu haben. Aber ich muss irgendwie... Irgendwie muss ich entweder die Maschinen abstellen können. Oder das wird wirklich eine verdammt schwierige Mission. Auf jeden Fall geht es hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann, ich meine. Kennt ja, Jones. Bis dann, ich weiß nicht.